Suchen Sie vielleicht noch eine Ferienwohnung im schönen Oldenburg in Niedersachsen, dann ist die Ferienwohnung von Wilke Hulln genau die erste First Top Adresse für Sie. Und zwar heißt die Wohnung im Herzen von Oldenburg und so heißt auch der Song, den ich jetzt spielen werde. Willst du gut wohnen mit Niveau, ohne Stress und schön und einfach so? Willst du dich wohlfühlen und entspannen, wie man es sonst nirgendwo kann? Und willst du auf nichts verzichten und dich wie zu Hause einrichten? WLAN und Spülmaschine, keine Frage, du spart Küche in zentraler Lage. Ja, dann komm ins Herz von Oldenburg, wo du unbeschwert leben kannst. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt, mit dieser Wohnung machst du nichts verkehrt. Yeah, ja, im Herzen von Oldenburg, da schlägt für dich die schönste Zeit. Da kannst du herrliches Erleben und Wilke stehen mit gerade Tatbereien. Ein Platz fürs Auto ist stets bereit, direkt vor dem Haus für die ganze Zeit. Ein Balkon legt dich zum Lesen ein und niemals fühlst du dich allein. Und immer wieder sehe ich die fünf Sterne an, das ist die höchste Bewertung, die man geben kann. Denn alle Gäste sind hier sehr zufrieden und wären gerne noch länger geblieben. Wo, ja, dann komm ins Herz von Oldenburg, wo du unbeschwert leben kannst. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt, mit dieser Wohnung machst du nichts verkehrt. Ja, im Herzen von Oldenburg, da schlägt für dich die schönste Zeit. Da kannst du herrliches Erleben und Wilke stehen mit Rat und Tatbereit. Ja, jetzt das Oldenburger Herzgebuch, den keiner gerne lange sucht. Ja, was Besseres kann man nicht finden, alles dafür's Wohlbefinden. Ja, komm ins Herz von Oldenburg, wo du unbeschwert leben kannst. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt, mit dieser Wohnung machst du nichts verkehrt. Ja, im Herzen hier von Oldenburg, da schlägt für dich die schönste Zeit. Da kannst du herrliches Erleben und Wilke stehen mit Rat und Tatbereit. Mit Rat und Tatbereit, mit dem Herzen von Oldenburg. Willkommen!